Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Doom 64. Hier bei den N64-Klassikern. Ja, wir haben vor ein paar Wochen, sind jetzt wieder vergangen, wo ich jetzt mal wieder hier angefangen habe zu spielen. Denn wir wissen, dieses Level ist kacke, wegen dieser komischen Quest in dem nächsten Raum und dieser Kack-Raketen da. Und ich habe eine Weile gebraucht, bis ich herausgekriegt habe, wie die Quest funktioniert, denn hinter diesen komischen Schlitzen sind Gegner und da kann man durchschießen. Nein, das ist nicht dunkel, da ist einfach eine schwarze Wand davor und man kann die erschießen. Und dann habe ich herausgekriegt, wie man dieses Rätsel mit diesen verschiedenen erscheinenden Munde sind. Ja, aber das werde ich euch so zeigen. Ich glaube, das hätte zu lange gedauert, wenn ich das reingeschnitten hätte. Deswegen habe ich dann aufgehört. Brust-Game, auch jetzt mit cooler Mucke ist es frustig ein bisschen. Jetzt weiß ich, warum ich auch aufgehört habe. Das spielen vor zwei Jahren, aber ich will das hier durchspielen, bevor wir mit The Query anfangen. Ähm, ja. Ne? Wir probieren es einfach. Auf geht's. So, kann ich schon... Kann ich ja nicht die Raketen abschießen? Hallo? Das ist schon mit der Käppel. Geht doch. Kriegen wir das hin? Dann fehlen sich das los. Wir können sie nicht abschießen, aber wir können sie scheißen. Ha! Ach, wie geil. Mit Intellekt gewonnen, ne? Einfach drauf los, manchmal. Ach, das geht wieder los. Scheiße. Okay. Okay, jetzt wollte ich schon... Ich bin ganz intelligent. Ah, die sind wieder... Ah, okay, die sind wieder hoch. Okay, dann müssen wir dann halt... Oh, scheiße. Ich bin ein bisschen hergegen. Fuck. Nein! Oh, ich krieg die Brise. Okay. Jo, mal sehen wir, was schaffen wir haben. Ja. Okay, da krieg mir ein Muni oder was? Okay, okay, okay. Ja, dann wollen wir es halt nochmal. Fuck. Okay, wir müssen die Raketen irgendwie austricksen. Gesporn noch immer wieder neue, wenn wir reingehen. Wir haben es das letzte Mal auch geschafft, ey. Ja, wir sind gar nicht mehr so dooflich. Ich leck mich ja mal schön in dem Raum dran. Das war ja einfacher, als ich gedacht hab. Fick die Hölle. Okay, wir dürfen nicht wieder in den Raum. Jetzt. Wir brauchen so ein... Alter. Okay, real gun money. Okidoki, ne, das sieht es schon mal gut aus, ja. Weite Seite! Dankeschön. Den haben wir. Das sind diese komischen Ach, das sind diese komischen Laufviecher Die sind echt ganz cool Gar so nicht Ah, wir haben's Wir haben's Jetzt nur, ob wir uns das Rätsel rauskriegen 4, 1, 5 2 3 4 1 5 2 3 4 Okay, also wir müssen raten, glaube ich Also, ist schon zwei Wochen her, wo du es rauskriegen Wo das als nächstes ist Und das müsste hier sein Es hat mit 4 gestartet So, und jetzt können wir das nehmen Ja, funktioniert Ja, wie geil ist das denn Ja, leck mich an, de Bub Komm, diese Schädelchen wieder Oh, ich wär's fertig Moine Fress Alter Verwalter Aber Wir können wahrscheinlich wieder zurück Und wir werden auf jeden Fall Weil wir das jetzt geschafft haben Erstmal Leck mich an, de Bub Gut, dann müssen wir hier wieder zurück Wahrscheinlich Da kommen wir Da kommen wir Blaustow, Blaustow, Blaustow Ne, wir haben blau, wir haben blau 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 Aber den geht aber auch nie Ja, ich Ich weiß schon Bescheid, Jungs Fick die Hölle Okay, blau, wir haben blau, wir haben blau Ne, komm Habe ich den für uns noch Ja, komm schon Geht doch Wieder so'n scheiß Rätsel Das wir hier rüber rennen, hm Scheiß Ja, wir kommen durch Kacke Ups Wollte gar nicht Nein Scheiße Geht das scheiß schon wieder los So, wir haben das gemacht Ich muss mal trinken, wenn du in der Archis noch bist Fick die Hölle Okay, den kriegen wir noch weg Oh fuck Das war dumm Das war richtig dumm Na klar Hier sieht er mich nur noch an der Seite Zielt er nicht Oh, ich renne doch noch rein Was ist denn los heute? Bumst ihr, ey Ich brau helf Scheiße Scheiße Und das war's Ach, leck mich an der Bug Das war ja klar So, wir haben dann nochmal gekontert Hier ein bisschen in Ruhe Komm schon Okay, wir gehen, wir rennen wieder rüber Mit unserer Shotgun Alter Verwalt Das ist heute Die Folge ist sterben angesagt Das ist ein fieses Level Ich komm, wir rennen jetzt hier durch Machen wir das mal her Wir rennen durch jetzt, komm schon Wir rennen durch jetzt, komm schon Ah, ich brauch die Mucke, dann geht das Ich brauch die Mucke, dann geht das Ich brauch die Mucke, dann geht das Okay, okay, okay Zähle ich die first Und wo ist der Rocket Launch? Komm schon, komm schon Ah, fick die Mucke, dann geh mal den Scheiß Ohne her Oh, weh, so wollen die Halle Allerdings So, gibt's hier noch was? Hier haben wir noch Help, I need somebody Help, not just anybody Aber, Spiel speichern Yeah, yeah Weil das so schwierig ist Reichen wir nochmal Oh, yeah Entschuldigung Da haben wir ja noch eine Rüstung. Das klingt... Das sieht doch mal geil aus. So, jetzt aber rein hier. Links und rechts wissen wir. Ich brauche nicht mehr runtergucken. Das für Kackbratzen. Woa. Wie bin ich denn hier gelandet? Was ist das denn? Oh, Raketenwerfer. Du hast den Raketen. Alter, wie gut das? Okay. Nein, ist los. Okay, komm, wir machen mit dem Mucki. Oh, yeah. Daddy's coming home. Langem oder stress? Okay. Ich bin reingegangt, oder? Wuhu! 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 Aber das ist irgendwie so ein scheiß produzierender Kackwarzen-Ludy. Was willst du von mir? Geh endlich sterben. Ging doch. Boah, juhu. Okay. Ach klar, Raketen. Ja, sehr gut. Für die dicken Dinger haben wir Raketen. Wir gucken nochmal rum hier. Ob wir irgendwas übersehen haben. Ne. Gott. Ist nicht. Ist nicht. Ist nicht. Okay, ist doch nicht. Was do you want? So ist ein Thema. Übersehen. Hier, notfalls. Health. Raketen, Raketen. Aber das Ding geht's nicht. Lass mich raten. Check. Lass mich raten. Dafür ist jetzt vorne... Die Tür da auf. Oder geht auf. Und jetzt? Ah, ich muss zweimal schießen oder was? Okay. Gehen wir für mich da rüber. Da muss ich jetzt oben wo was schießen. Das ist ja wieder rätselhaft. Okay. Okay. Das ist doof. Ich hoffe. Ach. Ach nee, ist offen. Ah. Warum wollen wir das klauen? Das ist einfach durch. Wenn die aufhören. Ah, die haben Rhythmus. Und jetzt? Ich muss mir mal nicht von hier wegnehmen. Oh, schade. Oh, schade. Da ist das, das ist das. Okay. Ah, hier oben. Oh, schade. Okay. ich rede natürlich Ich verballe jetzt alle. Oder was? Geht doch. Geht doch. Oh, leck mich an, der Bub. Das Lab ist echt schwierig, deswegen. Was machen wir? Hier, tun wir mal speichern. Alter, so viel hab ich. Gut, ne, doch, da kommt so so ein dämchen Map. So, wir sind ready. So, wir sind bereit. Boah, ich bin ja festgegangen. Scheiße. Leck mich an, der Bub. So, jetzt sind wir da zurück. Und jetzt rennen wir schnell. Immer das gleiche. Jo, jo. Langsam wissen wir, wie wir damit umgehen müssen. So, noch die Herzeinsamme. Das ist natürlich schwer, das ist ganz praktisch. So, komm schon. So, komm schon. Die Plasma. Alter, wie verbrauch ich denn für so'n scheiß Arsch? Jo, dat war ja aufreibend jetzt, nit denn. Schöne Folge. Damit würde ich sagen, sagt der Michael Cooper, wie immer, wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr nix freuen wollt, klickt da aufs Kläckchen und dann sagt's wie immer, cut it out.